Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ich sehe hier keine Krokodile Du musst so tun als ob Zeig diesen Krokodilen, wer hier das Sagen hat Weg mit euch, ihr fiesen Krokodile So ist es richtig Bist du schon mal über so einen Sumpf geschwungen? Natürlich bin ich das Hattest du Angst? Die Krokodile hat mehr Angst vor mir Fertig? Vergesst nicht den Schrei! Alle haben den ausgedachten Sumpf sicher überquert Gut gemacht! Was kommt jetzt für ein Abenteuer? Das hier ist eine Höhle Große Sportler springen da drüber Etwa so Aber ihr könnt auch so tun als ob es ein Dinosaurier ist Und durch seine Beine krabbelt Bist du schon mal einem Dinosaurier Durch die Beine gekrabbelt, Opi Mömel? Oh ja! Einmal als ich gerade im Dschungel spazieren ging Bin ich mitten in der Dinosaurier-Welt gelandet Das war's! Ihr habt's geschafft! Ihr seid raus aus dem Dschungel! Hurra! Alors, hattet ihr eine schöne Turnstunde, Kinder? Ja, Madame Gazelle Sie sind jetzt richtige kleine Abenteurer Wir sind über einen Fluss gelaufen Und über Krokodile geschwungen Und unter ein Saurierdeutsch gekrabbelt Ich liebe die Turnstunde mit Opi Mömel Also das nenn ich mal einen Brombeerstrauch Dieser Strauch stand hier schon, als ich noch ein kleines Schweinchen war Dieses wuchernde Unkraut Ich hätte es schon vor Jahren ausgraben sollen Opa, warum magst du den Strauch denn nicht? Ich mag einfach nicht, wie er mich anguckt Dummer Opa, das ist doch nur ein harmloser Strauch Indem es von Brombeeren nur so wimmelt Schorsch hat ein paar große, saftige Brombeeren entdeckt Vorsicht, Schorsch Sonst verhedderst du dich noch Mit dem Stock hier Komm ich auch an die schwierigen Bären dran Schlauer Opa Aber die besten Bären wachsen hier ganz, ganz oben Darum habe ich mir die Leiter mitgebracht Ähm, lehn dich nicht zu weit vor, Mama Wutz Keine Sorge In diesem Brombeerstrauch bin ich schon als kleines Schweinchen rumgeklettert Äh, ja, aber du bist kein kleines Schweinchen mehr Ich weiß schon, was ich tue Oh weh, Mama Wutz ist in den Brombeerstrauch gefallen Mama, kommst du da raus? Äh, nein, ich hänge fest Du bist gefangen in einem Dornenbusch Genau wie Dornröschen Was? Es war einmal eine Prinzessin Die hieß Dornröschen Eines Tages schlief sie in einem Dornenbusch ein Und dort blieb sie hundert Jahre lang Ja, eine wirklich schöne Geschichte, Peppa Da kommt Luzi Locke Hallo, Peppa Hallo, Luzi Meine Mama steckt in einem Brombeerstrauch fest Und da bleibt sie jetzt für hundert Jahre Genau wie Dornröschen Hihihi Und dann wird sie gerettet von einem hübschen Prinzen Der gibt dir einen Kuss Mua Meine Mama erlebt gerade ein Abenteuer Ich wünschte, meine Mama würde auch solche Abenteuer erleben Könnte sich mal jemand drum kümmern, mich hier wieder rauszuholen? Mach dir keine Sorgen, Mama In hundert Jahren kommt ein hübscher Prinz und rettet dich Ähm, Eiswagen von Frau Mümmel Papa, warum bist du denn am Eiswagen? Oh, Peppa Ich war gerade auf dem Weg zum Sportplatz Und da dachte ich, ein Eis wäre jetzt nett Frau Mümmel ist heute krank Du musst für sie einspringen und das Eis verkaufen Hoho, ich bin doch Experte für Eiscreme Ich hätte gerne ein Kirscheis, bitte Ähm, Erdbeere, Vanille, Schokolade, Banane Mit Pistazie und Erdbeer, bitte Ah, Erdbeere Oh, es ist geschmolzen Aber wie wäre es stattdessen mit Eiscremesuppe? Abschleppdienst von Opa Clef Frau Mümmel ist heute krank Kannst du vielleicht einspringen und ihren Bus fahren? Aber natürlich, Peppa Alle an Bord Frau Lockes Auto hat eine Panne Abschleppdienst von Opa Clef Äh, können Sie mich bitte abschleppen? Ich bin gleich da Was hat das denn? Wir möchten uns bei unseren Fahrgästen für alle Unannehmlichkeiten entschuldigen, die während ihrer Reise auftreten könnten Einen Bus zu fahren ist nicht einfach Eis zu verkaufen ist nicht einfach An der Supermarktkasse zu arbeiten ist auch nicht einfach Ähm, mir geht's schon besser Darf ich jetzt aufstehen? Nein, Sie müssen ganz ruhig liegen bleiben Aber bitte schön weiteratmen Geht es Ihnen wieder besser, Frau Mümmel? Deine viele Arbeit ist wirklich nicht leicht Auf deine Kinder aufzupassen ist auch nicht leicht Chloe, Chloe! Oh, Chloe! Hey ihr, das hier sind meine Freunde Elmar Eichhorn und Belinda Bär Ihr könnt mich El nennen Abkürzung für Elmar Und ich bin Belle Abkürzung von Belinda Ich bin Peppa Wir nennen dich Pep Oh Und das ist Schorsch Wir nennen dich Sch Oh Du hast uns gar nicht erzählt, dass du Baby-Cousins hast, Chloe Ich bin doch kein Baby Aber ihr seid beide klein Ich bin ein großes Mädchen Schorsch ist klein Ähm, wollen wir euch zusammen was spielen? Ja, komm Wir spielen Verstecken Wir spielen doch keine Baby-Spiele mehr Wir sind fast erwachsen Wie wär's mit dem Ja-Nein-Spiel? Wie geht das Ja-Nein-Spiel? Ich frage dich was und du antwortest Und wo ist da bei das Spiel? Du darfst nie sagen Ja oder Nein Baby einfach Also sollen wir anfangen? Ja Haha, du hast Ja gesagt Das ist nicht fair Ich war noch nicht so weit Belle Bist du so weit? Ja Haha, schon wieder gewonnen Peppa ist sehr gut beim Ja-Nein-Spiel Darf ich jetzt mal die Fragen stellen? Natürlich Es macht dir nichts aus, wenn ich die Fragen stelle Macht mir nichts aus Sagst du überhaupt irgendwann nochmal Ja oder Nein? Das glaube ich kaum Ich gebe auf Wie kannst du nur immer gewinnen? Ist doch leicht Ich sage einfach nie Ja oder Nein Ha, gewonnen! Du hast Ja und Nein gesagt Das war lustig Mach mir noch ein Spiel Habt ihr schon mal Sardinen gespielt? Was ist das? Einer versteckt sich Und die anderen müssen ihn suchen Hört sich genauso an wie Verstecken-Spiel Ich mache die Teekanne Und wir machen die Tassen So, jetzt kriegt Herr Affe seinen Tee Oh, diese Kanne ist viel zu weich Ein Teegeschirr sollte nicht weich sein Meine Mama macht richtiges Geschirr Sie hat eine Töpferei Mama, können wir ein richtiges Teegeschirr machen, bitte? Mit Teetassen und einer Teekanne Wo wir richtig Wasser reintun können Na klar, kommt mal mit Das ist die Töpferei von Frau Zebra Also machen wir ein Teegeschirr Was ist das? Ton So fängt man immer an beim Töpfern Aber der ist genauso weich wie Knete Der Ton muss weich sein Dann können wir ihn formen Aber später ist er nicht mehr so weich Oh Frau Zebra formt auf der Töpferscheibe eine kleine Tasse Fertig, eine Tasse Boah Ich glaube, das geht ganz einfach Willst du es mal versuchen? Ja, bitte Das ist ganz glitschig Ah, so geht das nicht Es ist gar nicht so einfach, auf einer Töpferscheibe eine Tasse zu formen Eine Tasse kann man auch einfacher machen Zuerst rollen wir den Ton zu einer langen Wurst Etwa so Sieht aus wie ein Wabbelwurm Wurbelwurm Ich bin ein Wurbelwurm Ich bin ein Wurbelwurm Ich wabel so rum Was soll ich sonst tun? Ich bin ein Wurbelwurm Wir wickeln ihn rundherum und rundherum Das wird aber ganz wellig Dann mache ich ihn schön glatt mit meinen Händen Und ich mache einen Henkel dran Das ist eine Tasse Jetzt haben wir zwei Tassen Ihr faltet das Papier in der Mitte Dann knickt ihr oben die Ecken um Und das gleiche nochmal, damit es eine Spitze gibt Jetzt faltet ihr die Seiten zurück Guckt so Und fertig ist der Papierflieger Jetzt probieren wir mal, ob sie auch fliegen Achtung, fertig, los Der Papierflieger von Mama Wutz landet in einem Baum Ich bin dran Der Papierflieger von Peppa landet in einem Blumentopf Du bist dran, Schorsch Der Papierflieger von Schorsch macht einen Looping Und landet im Ententeich Und jetzt machen wir ein ganz großes Flugzeug Dafür brauchen wir aber auch ein ganz großes Blatt Papier Hier ist ein großes Blatt blaues Papier Peppa und Schorsch haben einen großen blauen Papierflieger gebastelt Papa Wutz Hallo zusammen Musst du heute nicht arbeiten? Doch, aber ich brauche noch ein paar ganz wichtige Arbeitspapiere Papa, wir basteln Papierflieger Und wir haben einen richtig großen gemacht Boah, fantastisch Den wirft am besten jemand, der groß und stark ist Achtung, fertig, los Der große blaue Papierflieger fliegt sehr hoch und sehr weit Der fliegt ja immer weiter Wiedersehen, Flieger Haha, wiedersehen So, jetzt muss ich aber meine wichtigen Arbeitspapiere finden Hat einer von euch irgendwelche Papiere gesehen? Ähm Ähm, am besten kommst du mal mit Ist das eins von deinen wichtigen Papieren? Ja, das ist eins davon Papa Wutz, dein Rekord wurde gebrochen Alle wollen, dass sie wieder Champion sind Es ist wichtig Wirklich? Ja! Okay, dann mach ich's Gleich morgen Hurra! Aber ich muss das Matschepfützen springen erstmal wieder trainieren Das weiß doch jeder, wie man in Matschepfützen springt, Papa Ja, aber nicht jeder ist ein Champion, Peppa Papa Wutz ist der Meister Papa, musst du jetzt üben, wie man auf und ab springt? Nein, Peppa Ich muss eins sein mit der Pfütze Was? Um in die Pfütze zu springen, muss ich denken wie eine Pfütze Musst du nicht auch Rennen üben? Nein Musst du wenigstens Liegestütze machen? Nein Ich muss schlafen und von Pfützen träumen Der Tag des großen Matschepfützenspringens ist gekommen Papa Wutz trägt seinen Matschepfützen-Springanzug Ich finde meine goldenen Glücksstiefel nicht Die alten Stiefel habe ich Opa Wutz gegeben für den Garten Meine goldenen Glücksstiefel für seine Gartenarbeit? Du hast doch neue Das ist nicht dasselbe Hallo? Opa, diese alten Stiefel, die ich dir gegeben habe Ähm, ja? Papa braucht sie dringend wieder Kannst du sie irgendwo finden? Ähm, ich hab sie grad gegossen Opa Wutz hat Tomaten gepflanzt in den Glücksstiefeln von Papa Wutz Wir brauchen sie zum Matschepfützen-Springen heute Klaro, wir treffen uns dort Jetzt bin ich ja mal gespannt Alle sind gekommen, um Papa Wutz beim Matschepfützen-Springen zu sehen Und was ist jetzt passiert? Freuen Sie sich nun auf den allseits beliebten Mr. Kartoffel! Super! Hallo Luzi, hallo Peppa Hallo Zoe, hübsch siehst du heute aus Dankeschön, Luzi Das ist mein neues Kleid Warum sagst du denn gar nichts, Peppa? Ja, warum sagst du denn gar nichts, Peppa? Oh, das ist ein blödes Spiel Was für ein Spiel macht ihr denn? Luzi sagt, ich bin ein Plappermaul und dass ich niemals still sein kann Du bist ja auch gerade nicht besonders still, oder? Gut, ich werde niemals wieder ein einziges Wort sagen Und zwar ab sofort! Hallo zusammen Hallo Klausi Hallo Klausi Was ist denn mit Peppa los? Sie redet nicht mehr Oh, wer mag eine Traube? Ich bitte Ich bitte Du darfst nicht mit dem Kopf nicken Das ist schummeln Und auch nicht blinzeln Hallo zusammen Hallo Petro Stimmt was nicht mit Peppa? Sie redet nie wieder Kein einziges Wort Warum? Weil sie eben zu viel redet Ich rede gar nicht zu viel Und überhaupt Du läufst doch immer so rum und sagst Oh, seht mich an Ich bin Luzi Locke Na, was hab ich gesagt? Und wie du immer sprichst Micky Micky Buu Ba Buu So rede ich niemals Aber schon ein bisschen ähnlich, Luzi Du plapperst genauso viel wie ich Ich kann ganz ruhig sein Das ist nicht so einfach Aber auch nicht so schwer, Peppa Na gut Dann mach du's doch mal Dann machen wir's alle Wir zeigen es meiner Mama Mama, wir sind jetzt alle ganz leise Unheimlich leise So leise, dass man einen Ball auf den Boden fallen hört So leise wie eine Maus Zoe, Pedro und Luisa verstecken sich hinter einem Zaun Luzi und Emily verstecken sich hinter einem Busch Neun, zehn Alles muss versteckt sein Ich komme Ich weiß, wo ihr seid Oh Oh Peppa kann niemanden finden Das gibt's doch überhaupt nicht Freddy Fuchs kommt zum Spielen vorbei Hallo, Freddy Hallo, Peppa Was machst du denn hier? Wir spielen alle verstecken Ich muss suchen, aber ich kann keinen finden Soll ich vielleicht mal für dich suchen? Du kannst es ja mal probieren, aber es ist unmöglich Pass mal auf Hab euch Oh, hallo, Freddy Aha, da seid ihr Oh 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 Freddy Fuchs hat alle gefunden Wie hast du das bloß geschafft? Ich kann einfach gut riechen Was hat denn Riechen damit zu tun, Freddy? Ganz einfach Ich kann euch finden, weil ich euren Geruch erkenne Nee, ich habe keinen Geruch Ich hab gestern Abend erst gebadet Weiß ich doch Du riechst nämlich fein Oh Ich könnte dich sogar mit geschlossenen Augen finden Das will ich sehen Finde Luzi mit geschlossenen Augen Kein Problem Versteck dich, Luzi Eins Zwei Drei Luzi überlegt, wo sie sich verstecken könnte Sechs Sieben Acht Neun Zehn Alles muss versteckt sein Jetzt komm ich Freddy sucht mit geschlossenen Augen nach Luzi Er schnuppert, wo Luzi überall entlang gelaufen ist Um den Baum herum Hinter dem kleinen Busch Und den Hügel wieder hinauf Hab dich Oh Hihihi Und alles nur mit meiner Nase Du hast eine Supernase Ja, das stimmt Schorsch spielt im Kinderzimmer mit seiner Rakete Schorsch, ich lerne gerade, wie man pfeift Man muss ein O mit seinem Mund machen und dann pusten Macht nichts, Schorsch Das ist nämlich fast unmöglich Genauso wie mit den Ohren zu wackeln Schorsch kann mit den Ohren wackeln Pfeifen ist noch schwerer Schorsch kann pfeifen Oh Hihi Was ist los, Pepper? Ich kann nicht pfeifen, aber alle anderen können das Mach doch nichts Ich backe gerade Plätzchen Möchtest du den Löffel ablecken? Nein, danke, Mama Ich möchte lieber bei Luzi Locke anrufen Na klar, Pepper Möh Guten Tag, Frau Wutz Guten Tag, Frau Locke Pepper möchte gern mit Luzi sprechen Hallo, Luzi Möh Hallo, Pepper Was machst du gerade? Ich lerne, wie man pfeift Aber ich kriege es immer noch nicht hin Hm, das klingt schwierig Es ist unmöglich Äh, kannst du pfeifen, Luzi? Nein Oh gut Ich meine, es ist schade, dass du nicht pfeifen kannst Aber gut, weil ich auch nicht pfeifen kann Was ist pfeifen überhaupt? Man muss mit dem Mund ein O machen und dann pusten Etwa so Hallo, Pepper Die Plätzchen sind fertig Oh, lecker Plätzchen Die sind heiß Puste lieber erst mal Au Willst du nicht auch ein Plätzchen, Pepper? Nein, danke, Mama Ich glaube, ich gehe lieber nach draußen Und habe mal eine Weile meine Ruhe Hallo, alle zusammen Hallo, Weihnachtsmann Wart ihr denn alle brav? Ja Habt ihr immer eure Zimmer schön aufgeräumt? Ja Und du? Ho, ho, ho Natürlich Na, dann sagt mal, was ihr euch zu Weihnachten wünscht Ich möchte einen Fußball, bitte Ein Zylophon Ein Hündchenspiel Einen Zauberkasten, bitte Rennauto Ein Hüpfball Boing, boing Einen Zug, bitte Spielzeugzug Kein Spielzeugzug, ein richtiger Zug Den ich richtig fahren kann Mit richtigen Passagieren Ho, ho Mal sehen, was ich tun kann Waren das denn alle? Wir waren noch nicht dran Entschuldigung Wie heißt du denn? Ich bin Peppa Wutz Wir kennen uns doch schon Ah, ja Schön dich wiederzusehen Peppa Was wünschst du dir zu Weihnachten? Ich möchte gerne eine Puppe Die läuft und spricht Und die ihre Augen zumacht, wenn sie schlafen geht Bitte Ähm, für mich dasselbe, bitte Ja, sehr schön Du weißt doch hoffentlich noch, wo ich wohne, oder? Oh ja Wie alt bist du? Ho, ho Ich bin viele hundert Jahre alt Ich wusste es doch Hi, hi, hi Wiedersehen, Weihnachtsmann Vergesst nicht, mir etwas Kuchen hinzustellen Und einen Saft Wissen wir schon Und Möhren für die Rentiere Ho, ho, ho Peppa und ihre Familie fahren vom Weihnachtsmarkt zurück Papa, warum haben wir denn so viel Gepäck dabei? Wir sind Weihnachten bei Opa und Oma Wutz zu Besuch Aber dann weiß der Weihnachtsmann nicht, wo wir sind Keine Sorge, Peppa Der Weihnachtsmann weiß immer alles Mama, Papa, es ist Weihnachten Äh, was? Es ist noch zu früh, Peppa Geht und wünscht Oma und Opa fröhliche Weihnachten Oma, Opa Keine Panik, alle Mann an Deck Es ist Weihnachten Es ist doch erst drei Uhr morgens Aber der Weihnachtsmann Dürfen wir mal gucken, ob er schon da war? Ja Ja, er war schon da Hier, die Möhre, der Saft und der Kuchen sind weg Da sind nur noch Krümel Ja, der Weihnachtsmann mag guten Kuchen Und unter dem Baum sind große Geschenke Ich hab mir doch eine Puppe gewünscht Dürfen wir sie jetzt auspacken? Wir packen die Geschenke erst nach dem Weihnachtsessen aus Oh, lecker! Peppa und ihre Familie sitzen beim Weihnachtsessen Hier sind Knallbonbons Hey, da sind ja Papierhüte drin Und Partytröten Und Witze Was läuft herum und ist orange? Keine Ahnung Eine Wanderine Mh, der Weihnachtspudding schmeckt sehr gut Peppa und Schorsch haben mir dabei geholfen Wir haben ganz viel gerührt Hast du dir was gewünscht, Peppa? Ja, ich habe mir gewünscht Nicht verraten Und jetzt die Bescherung Yippie Dieses hier ist für Schorsch Es ist eine Autorennwand Das sieht aber kompliziert aus Wollen wir mal sehen Das gehört nach hier Und das gehört nach da Und das gehört hierhin Auf geht's Achtung Fertig Los Opa und Papa Wutz lieben es, Autorennen zu fahren Ist das nicht Schorsch's Geschenk? Ich glaube, Schorsch ist glücklich mit seiner Kiste Seht ihr wohl? Das Fliegen ist wichtig für Henni, damit er in Form bleibt Wer kann mir nur sagen, was Henni noch braucht, um fit und gesund zu bleiben? Er muss was essen Ja Er muss was trinken Das stimmt Er muss auch ein bisschen atmen Ja, sehr gut Er muss auch schlafen Ausgezeichnet Entschuldigung, Madame Gazelle Ich habe verschlafen Oh, Pedro Du schläfst wirklich gern Ja, Madame Gazelle Ich habe hier ein Haustier, das schläft auch gerne Das ist eine Schildkröte Das ist Knirpsi, die Schildkröte Hallo, Knirpsi Knirpsi hat den ganzen Winter hindurch festgeschlafen Oh Wozu hat sie dieses Schalendings da auf dem Rücken? Diese Schale ist ihr Zuhause Da versteckt sie sich, wenn sie Angst hat Magst du die denn wohl mal streicheln? Ja, bitte Hab keine Angst, Knirpsi Wie alt ist Knirpsi? Knirpsi ist 33 Das ist so alt wie meine Mama Und manche Schildkröten werden über 100 Jahre alt Das ist so alt wie mein Opa Warum ist sie so langsam? Sie muss ihr ganzes Haus mit sich rumschleppen Ähm, Doktor Hamster? Ich glaube, Knirpsi will gerade weglaufen Die kommt nicht weit Dafür ist sie zu langsam Kenners, ich habe noch jemanden, den ich euch zeigen will Dinosaurier Ach, Schorsch Du sagst aber auch immer Dinosaurier Oh, das ist ein Dinosaurier Oh Das ist kein Dinosaurier Das ist Ella, die Eidechse Hallo, Ella Die hat Schuppen wie ein Drache Kann sie auch Feuer spucken? Nein, aber sie hat eine sehr, sehr lange Zunge Aber wir machen doch trotzdem unseren Ausflug ans Meer, oder? Also, lasst uns erst mal nachsehen, wie hoch der Schnee ist Oh, wo ist denn Papa hin? Da ist ein laufender Schneemann Mir ist kalt Ein laufender, schnaufender Schneemann Oh, das ist ja nur Papa Armer Papa, komm, wir wärmen dich auf Mama Wutz, Peppa und Schorsch rubbeln Papa Wutz mit Handtüchern wieder warm Schon besser Jetzt können wir endlich ans Meer fahren Bei dem ganzen Schnee? Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Bus heute fährt Oh Da kommt Frau Mümmels Bus und hält vor Peppas Haus Du meine Güte, wie haben sie das geschafft bei dem ganzen Schnee? Mit meinem großen Schneepflug Ein Schneepflug räumt den Schnee aus dem Weg Hallihallo zusammen Hallo, Peppa Alle Freunde von Peppa fahren auch mit an den Strand Nächster Halt, der Strand Hurra! Herr Bulle und seine Freunde streuen die Straße Das Streusalz taut den Schnee weg Hallo, Herr Bulle Oh, hallo, Frau Mümmel Wir schuften schon die ganze Nacht Und jetzt ist die Straße frei Und zwar bis runter zum Strand Das ist gut Wir wollen nämlich an den Strand Möchten Sie auch mitkommen? Nein, danke, Frau Mümmel Wir haben noch mehr Straßen zu streuen Wiedersehen, Herr Bulle Tschüss und einen schönen Tag am Strand Heute machen wir einen Ausflug am Strand Der Himmel ist blau und die Sonne ist heiß Und da wollen wir große Boge bauen aus dem Strand Schwimmen gehen und dann ein Eis Endstation, wir sind da! Der Strand ist über und über mit Schnee bedeckt Mama, kann ich bitte ein paar Kekse für meine Freunde haben? Natürlich, nimm sie dir! Danke, Mama! Luzi Locke kommt mit den Keksen zurück Hurra! Pssst! Hurra! Hat dich irgendjemand gesehen? Nein, also nur ein Erwachsener Achtung! Möchtet ihr vielleicht einen Saft trinken zu euren Keksen? Welche Kekse? Die Kekse, die ich dir gerade gegeben habe Oh, Luzi! Luzi! Was ist denn passiert? Wir haben einen Geheimclub und da machen wir geheime Sachen Und Luzi hatte eine Geheimmission Oh, darf ich bitte auch in euren Geheimclub? Bitte! Ich wollte schon immer in einem Geheimclub sein Da wird man nicht so einfach aufgenommen Sie müssen erst das Geheimwort sagen Und welches? Pixenadelnudel Pixenadelnudel? Sie sind drin, alles klar Und was kommt jetzt? Pasch auf! Da kommt Papa Wutz Sie reden mit meinem Papa Aber verrat ihn ja nix von unserem Geheimclub Hallo! Oh, Frau Locke, da sind sie ja Wie steht's? Äh, 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 Geheimclub! Oh nein! Oh, ich wollte schon immer in einen Geheimclub Darf ich mitmachen, bitte? Das geht nicht, Papa Du bist doch schon erwachsen Äh, meine Mama ist auch erwachsen Aber zuerst sagst du uns das geheime Wort Welches? Papa Didel-Dudel-Damm Papa Didel-Dudel-Damm? Du bist drin! Und was mache ich jetzt? Achtung! Da kommt Mama Wutz Du verfolgst Mama Aber ganz geheim Papa Wutz? Äh, hallo Mama Wutz Was machst du denn da in dem Busch? Ähm, ähm, Geheimclub? Oh! Ahoi auch, Opa Wutz! Herrlicher Tag zum Schippern! Ähm, ja, ahoi auch! Ich bringe mein Boot heute mal in die Werft Zeit für ein paar Reparaturen! Äh, könntest du vielleicht mein Boot auch mitnehmen zur Werft, bitte? Natürlich! Wo ist denn dein Boot? Ähm, ich stehe grad drauf Ho, 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 ist es gesunken? Äh, tja, wie man's nimmt! Ich wundere mich, dass es nicht schon vor langer Zeit gesunken ist! Was? Das ist ein besseres Boot als dein alter Rosteimer da! Ruff, ruff, ruff! Opa Clef und Opa Wutz sind die allerbesten Freunde! Fang auf, Käpt'n! Ei, ei, Skipper! Opa Clefs Abschleppwagen hebt das Boot von Opa Wutz aus dem Wasser! Boah! Nächste Halt, Bootswerft! Was ist eine Bootswerft? In einer Bootswerft werden kaputte Boote repariert, Peppa! Das ist die Bootswerft von Opie Mümmel! Ahoi auch, ihr Landratten! Ahoi auch, Opie Mümmel! Ohoho, was ist denn mit deinem Boot passiert, Opa Wutz? Ähm, jemand hat damit einen Anlegepfahl gerammt! Es hat gekracht! Und ein großes Loch gemacht! Da! Du weißt doch, man sollte nie andere Leute ans Steuer lassen, Opa Wutz! Ähm, ja, kriegst du's wieder flott? Natürlich! Ich muss den Schaden grad mal ausmessen! Opie Mümmel misst das Loch im Boot von Opa Wutz! Jetzt muss ich nur noch was zum Flicken finden! Toll, wenn man einfach so ein Boot reparieren kann! Oh, das dauert Jahre, bis man sowas gelernt hat! Und wie lange reparierst du schon Boote? Jahre! Hatte ich nicht mal ein Buch über Uhren? Ah, da ist es ja! Alles über Uhren! Opa Wutz hat die Kuckucksuhr repariert! Hurra! Mama Wutz kommt, um Peppa und Schorsch abzuholen! Mama! Opa hat uns die Kuckucksuhr repariert! Wie schön! Was ist das? Das ist mein alter Computer! Den kann ich nicht reparieren! Er ist nicht kaputt! Ich habe einen neuen und ich dachte, du möchtest vielleicht den alten! Ähm, ich weiß wirklich nicht, ob ich überhaupt einen brauche! Oh, ein Computer! Und was macht man damit? Mit dem kann man Buchstaben schreiben! Guck mal, Oma! A, B, C, D Und Zahlen! Eins, zwei, drei Aber nicht, dass wir ihn kaputt machen, wenn wir einen falschen Knopf drücken! Keine Sorge, der geht nicht kaputt! Du darfst ihn nur nicht mit Milch füttern! Oder mit Keksen! Oder Marmelade! Aber das Beste ist dieses Spiel hier! Das lustige Hühnchen! Wenn du hier drauf drückst, legt das Hühnchen ein Ei! Ich bin sehr gut in dem Spiel! Aber Schorsch ist der Beste! Das ist lustig! Vielleicht behalten wir den Computer ja mal hier, Oma Wutz! Wiedersehen! Wiedersehen! Äh, sollen wir ein bisschen mit dem Computer arbeiten, Oma Wutz? Ja! Komm, wir machen Zahlen und Buchstaben! Madame Gazelle, Peppa ist aufs Knie gefallen! Dein Knie ist nur aufgeschürft, Peppa! Madame Gazelle macht Peppas Knie zuerst sauber und dann klebt sie ein Pflaster drauf. Und ist es jetzt besser? Ja, danke schön! Also Kinder, ihr habt sicher schon bemerkt, dass Pedro Pony heute nicht da ist! Kommt er wieder zu spät? Nein, Luzi! Pedro ist im Krankenhaus! Oh! Und wir wollen ihn heute besuchen gehen! Das ist das Krankenhaus! Peppa und ihre Freunde machen einen Besuch bei Pedro Pony! Denkt daran, Kinder! Bleibt schön bei mir! Ich will nicht, dass jemand verloren geht! Ja, Madame Gazelle! Entschuldigen Sie, Herr Bulle! Wo geht es denn ihr zur Kinderstation? Treppe runter, zweimal durch die Tür! Rechts, links, rechts, den Flur entlang, Treppe rauf, dritter Gang rechts! Oh! Oder Sie fahren einfach mit dem Aufzug! Kinderstation! Pedro schläft bestimmt! Kranke Kinder müssen nämlich viel schlafen! Hallo zusammen! Hallo, Pedro! Warum schläfst du nicht? Du siehst auch gar nicht krank aus! Ich hab mir das Bein gebrochen! Und jetzt hab ich diesen Gipsverband! Boah! Der Gipsverband hilft, dass Pedros Bein wieder heilt! Ich hab mir am Knie weh getan und ich hab auch einen Verband! Boah! Wollt ihr etwas malen auf meinem Gipsverband? Oh ja! Alle Kinder malen etwas auf Pedros Gipsverband! Ich male einen Fußball! Und ich eine Blume! Mr. Kartoffel! Ein Piepmatz! Und ich eine Matschepfütze! Toll! Danke, Freunde! Jetzt darfst du auch auf meinen Pflaster malen! Gut! Ich male eine kleine Blume! Danke, Pedro! Boah! Der Regen hat alles überschwemmt! Unser Haus ist auf einer richtigen Insel! Matschepfützen! Ich komme schon! Hui! Ja! Oh! Wo kommt denn das ganze Wasser her? Wie kriegen wir bloß was zu essen? Ganz einfach! Papa schwimmt zum Supermarkt! Hihi! Äh! Oma und Opa Wutz kommen mit dem Boot vorbei! Ahoi! Auch! Ein wunderbarer Tag zum Schippern! Ähm... Ja! Wir schippern zum Supermarkt! Braucht ihr vielleicht irgendwas? Ja, bitte! Wir brauchen dringend Tomaten und Spaghetti! Tomaten und Spaghetti! Polly Piepmatz plappert alles nach, was jemand sagt! Polly ist unser Einkaufszettel! Bist du ein kluger Papagei? Ah! Bist du ein kluger Papagei? Dürfen wir auch mit, bitte? Kommt an Bord! Hihi! Guck mal! Da ist Luzi Lockes Haus! Wir schippern zum Supermarkt! Braucht ihr vielleicht irgendwas? Mama! Brauchen wir irgendwas vom Supermarkt? Ja! Wir brauchen was zum Abendessen! Schokolade, bitte! Ah! Schokolade! Hallo, Klausi! Hallo, Pepper! Ich helfe gerade meinem Opa! Wir retten Leute vor dem Wasser! Großartiges Wetter für sowas! Braucht ihr irgendwas vom Supermarkt? Ähm, vielleicht eine Zeitung für mich! Für mich ein Comic! Zeitung! Comic! Also, Mädchen im Takt mit mir! Und jetzt die Jungs! Madame Gazelle hat aus dem Klatschen Musik gemacht! Und stopp! Jetzt lernen wir mit unseren Instrumenten zusammen zu spielen! Die Eltern kommen, um ihre Kinder abzuholen! Ah, ihr kommt gerade richtig! Darf ich vorstellen? Das ist unser Schakalaka-Bumm-Orchester! Hurra! Kinder! Achtung! Fertig! Los! Bravo! Möchte vielleicht einer meiner alten Schüler auch noch mitmachen? Sucht eure Instrumente, Kinder! Ja, Madame Gazelle! Madame Gazelle war schon die Lehrerin von allen Mamas und Papas, als die noch klein waren. Das ist ziemlich schwer, Papa. Aber ich zeig dir, wie's geht. Mal sehen, ob ich es richtig verstanden habe. Papa, du kannst ja richtig trommeln! Ja, ich bin so eine Art Experte fürs Trommeln. Sehr schönes Schakalaka-Bumm! Und jetzt ein Lied! Mein Papa ist spitze beim Schakalaka-Bumm! Drei Uhren sind viel besser als eine. Papa, hast du eine Fahrradklingel für mich? Wie viele möchtest du, mein Sohn? Eigentlich brauche ich nur eine. Ich habe sie aber nur im Zweierpack. Freddy Fuchs hat jetzt zwei Fahrradklingeln. Supergut! Danke, Papa! Papa hat mir zwei Klingeln gegeben. Boah! Was hat dein Papa denn sonst noch in seinen Laster? Er hat darin einfach alles. Oh! Was sollen wir denn jetzt spielen? Wir machen ein Fahrradrennen! Mit einem großen, glänzenden Pokal für den Gewinner. Aber woher kriegen wir so einen Pokal? Ja! Woher kriegen wir einen Pokal? Ich guck mal, was ich machen kann. Das Beste an einem eigenen Betonmischer ist, dass man... Papa! Hast du einen großen Siegerpokal für unser Fahrradrennen, bitte? Wie wichtig ist dieses Fahrradrennen denn? Es ist sehr, sehr, sehr wichtig. Ist der hier gut? Boah! Danke, Papa! Der ist aus Gold! Ja! Aus Plastikgold! Oh! Ein Siegerpokal! Der ist aus Plastikgold! Boah! Dein Papa hat ja wirklich alles in seinem Laster drin. Jupp! Wer zuerst an Peppers Haus ist! Achtung! Fertig! Los! Nur auf diesen Knopf drücken und schon ist es weg. Oh! Ah! Und wenn Sie auf diesen Knopf drücken, können Sie CDs abspielen. Die Freunde sind alle gleichzeitig angekommen. Alle haben gewonnen! Papa, wir haben nur einen Pokal! In meinem Laster sind Siegerpokale für alle. Hurra! Sieht so aus, als hätte hier jemand gut gegessen. Ja! Jetzt wird gebadet. Baby Alexander wird gebadet. Das ist der Dinosaurier. Sag mal, Dinosaurier. Papa! Er spricht nicht, Peppa. Aber irgendwann spricht er bestimmt. Und dann wisst ihr endlich, was er will. Was willst du denn jetzt machen, Alexander? Papa! Ich glaube, er möchte ein bisschen rausgehen. Laufen kann er noch nicht, aber wir fahren in dem Buggy spazieren. Gar nicht übel, dieser Buggy. Ja, Fünfgänge, Schmutzfänger und ABS sind Standard. Bla, bla, bla. So reden nur Papas. Alexander freut sich, wenn du sprichst, Peppa. Ja, ich bin nämlich auch sehr interessant. Das ist der Himmel. Sag doch mal, Himmel. Peppa. Aus dem Himmel kommt der Regen runter. Sag doch mal, Regen. Regen ist gut für Enten und Pflanzen. Und er macht tolle Matschepfitzen. Peppa hat eine große Matschepfitze gefunden. Guck mal, Alexander. Ich hüpfe in einer Matschepfitze rum. Es gibt nichts Schöneres als Matschepfitzen. Matsche. Oh. Alexander hat sein erstes Wort gesagt. Matsche. Hurra. Matsche. Und ich hab's ihm beigebracht. Matsche. 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 Wie lange bist du schon hier? Seit Dienstag. Oh. Ich könnte Geschichten erzählen, wenn's euch interessiert. Nein, danke. Au ja. Also, da gibt's den Himmel und das Meer. Und ich lerne gerade Benjo. Soll ich euch was vorspielen? Nein, danke. Au ja. Als ich heute erwachte, war der Himmel noch da, genau wie das Meer. Himmel und Meer, Himmel und Meer. Hier ist der Käse. Oh, ich liebe Käse. Und ein neues Buch. Alles über Leuchttürme. Das könnte nützlich sein. Warum heißt dein Haus denn Leuchtturm? Ich zeig's dir, Peppa. Das Treppenhaus geht rundherum bis ganz in die Spitze des Leuchtturms. Rundherum. Herum. Das Haus heißt Leuchtturm, weil es eine große Leuchte obendrauf hat. Wow. Sie leuchtet durch das Dunkel und zeigt den Seeleuten den Weg. Oh. Und wenn es neblig ist, nehme ich dieses Nebelhorn. Nebel. Ganz schön laut. Kein Nebel heute. Nur Himmel und Meer. Ich könnte euch Geschichten erzählen. Nein, danke. Wir müssen los. Wir fahren zur Pirateninsel. Wiedersehen, Hopi Mimmel. Genießt den Himmel und das Meer. Machen wir. Opa Clefs Boot ist auf der Pirateninsel gelandet. Seht mal. Unsere Sandböck ist noch da. Kommt, wir spielen Verstecken. Ich zähle. Eins, zwei, drei, vier. Es gibt nicht viele Verstecker auf der Pirateninsel. Seid ihr schon versteckt? Ich komme. Hab euch. Oh. Aber wo ist George? Opa Clef kann George nirgends finden. Ich gebe es auf. Wo ist er? George hat sich hinter Opa Clef versteckt. Kluger George. Das ist gut. Also los, Kinder. Und schon geht die Jagd los nach Opa Wutz Schokoladeneiern. Hast du Zeit für eine Tasse Tee, Opa Wutz? Oh, ja. Die Kinder brauchen ewig, um die Eier zu finden. Ich habe sie nämlich sehr gut versteckt. Hier ist ein Ei. Peppa hat ein Schokoladenei gefunden. In einem Blumentopf. Hier ist noch ein Ei. Luisa Löffel hat auch ein Schokoladenei gefunden, unter den Blättern von einem Busch. Hurra, ein Ei für mich. Emily Elefant hat noch ein Schokoladenei gefunden, in den Ästen eines Baums. Ich glaube, ich rieche Schokolade. Freddy Fuchs hat eine sehr feine Spürnase. Ja. Freddy Fuchs hat ein Schokoladenei gefunden, mitten in der Vogeltränke. Opa, Opa, wir haben die Eier gefunden. Das hat Spaß gemacht. Aber es war ein bisschen einfach. Für die Kleinen war es nicht einfach. Schorsch, Linus und Edmund haben keine Schokoladeneier gefunden. Ich frage mich, wo die anderen Eier wohl sind. Schokoei. Oh, Edmund. Mir scheint, als ob da irgendwas hinter deinem Ohr steckt. Jetzt hat jeder ein Schokoladenei gefunden. Und was machen wir jetzt damit, Opa Wutz? Ihr esst sie natürlich auf. Hallo, Kinder. Oma, Oma, wir haben alle Schokoladeneier. Aber wo denn? Ich sehe kein einziges Ei. Die sind schon in unserem Bauch. Und in euren Gesichtern. Hallo? Papa Wutz, kannst du alleine heimfahren? Frau Mümmel bringt uns jetzt nach Hause. Ist gut. Papa, Papa, wir sind geflogen. Rauf und runter. Und rundherum. Und rundherum. Oh, zu schade, dass ich das verpasst habe. Wir sehen uns zu Hause. Wo kommt das Rohr denn her? Ich weiß, ich nehme eine Abkürzung. Das ist ein bisschen matschig. Komm schon, Auto. Papa Wutz muss doch nach Hause. Papa Wutz steckt fest. Ich rufe Opa Clef mit seinem Abschleppwagen. Hallo? Opa Clefs Abschleppdienst. Ich stecke im Schlamm. Können Sie kommen und mich rausziehen, bitte? Tut mir leid, Papa Wutz. Ich kümmere mich gerade um ein großes Eisenrohr. Das hat so ein Verrückter auf der Straße liegen lassen. Ich leite Sie weiter an den nächsten Rettungsdienst. Hallo? Hier Feuerwehr. Ich stecke im Schlamm fest. Können Sie mich bitte rausziehen? Tut mir leid, Papa Wutz. Ich rette gerade eine Schildkröte, die auf einem Baum fest sitzt. Komm runter, Knirpsi. Ich weiß wirklich nicht, warum du so gerne kletterst. Du bist so eine Schildkröte. Keine Sorge, Papa Wutz. Ich leite Sie weiter zum höchsten Rettungsdienst, den wir haben. Was ist das für ein Lärm? Oh, ich fliege. Frau Mümmels Hubschrauber hat Papa Wutz gerettet. Hurra! So ein Glück. Jetzt kriegt Papa doch noch einen Hubschrauberflug. Sollen wir ihm zeigen, was der Hubschrauber alles kann? Ja. Er fliegt gerade nach oben. Und auch gerade wieder runter. Oh. Er kann sogar Loapings fliegen. Oh.